Jemand braucht Hilfe bei einem Fotoprojekt. Keine Ahnung, was Spider-Man da tun kann, aber ich versuch's. Hey! Hab dich! Ja, hallo zurück. Ach, ich wollte ein ungestelltes Foto. Ich möchte eine Fotojournalistin sein, die die Stadt so zeigt, wie sie ist. Wie dieses Foto von Peter Parker. Das war vor langer Zeit sein allererstes Cover-Foto. So was will ich machen. Wow! Unglaublich, dass du das hast. Das erste Cover. Ich weiß noch genau, wann er das gemacht hat. Mr. Jameson, hier ist Peter Parker. Ich wollte Ihnen ein paar Fotos verkaufen. Na ja, mein Onkel ist gestorben und die Hypothek ist fällig und... Parker, Ihr Leben interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ich sitze vor dem Bugle bei einem Kaffee. Wenn Sie hier sind, bevor ich fertig bin, sehe ich mir Ihre Fotos an. Aber ich warne Sie. Ich trinke schnell. Mr. Jameson, ich bin mit dem Rad auf der fünften. Der Verkehr... Wenn Sie was wollen, strengen Sie sich an. Aber... Sind Sie jetzt New Yorker oder bloß irgend so ein Kaffender Tourist? Ähm, ein New Yorker? Na dann schreien Sie, weg da! Und bahnen sich Ihren Weg! Und wenn's nicht weitergeht, fahren Sie außenrum! New Yorker finden immer einen Weg. Wissen Sie, wieso die Menschen hier leben? Wegen der billigen Mieten, der niedrigen Lebenskosten? Nein. Dieses gottverlassene Hüllenloch ist die tollste Stadt aller Zeiten. Oh nein. Fische! Lassen Sie die Ausreden und machen Sie weiter! Boah, das stinkt! Atmen Sie es ein, Parker. Das ist... Oh, der Big Apple. Ähm, Mr. Jameson, ich muss mich konzentrieren. Ach, langweilig Sie, Parker! Nein, Sir! Dann konzentrieren Sie sich darauf. Ich werde Sie Schritt für Schritt anleiten. Was zur Hölle, Mann? Okay, wir sind Peter Parker. Anfangszeiten. Und es geht um das erste Cover, was wir noch stellen. Mega. Mega. Entschuldigung, darf ich mal durch? Sie sind New Yorker. Sie fragen nichts. Sie sagen es Ihnen. Sagen Sie, pass auf, Schwachkopf. Die Straßen gehören mir. Hey, hau ab, so zweirädrige Plage. Ey, Schwachkopf! Ups, sorry, Verzeihung. Ich muss mal durch. Mann, Parker, erbärmlich. Seien Sie ein Mann. Zeigen Sie denen Ihre Männlichkeit. Ja, Sir! Moment, was? Fast geschafft. Ich fahre durch den Washington Square Park. Mein Kaffee ist gleich alle, Parker. Schwingen Sie Ihren Hintern hierher. Der Junge wird sich noch umbringen. Danke. Seien Sie nicht so schüchtern. Tut mir leid. Und keine Entschuldigung. Sorry, ich meine... Augen auf die Straße! Aber es ist da... Kurz, es wird ja gerade ausgeraumt. Was geht hier ständig, Parker? Seien Sie ein New Yorker! Sei ein New Yorker! Die Stadt ist voller Menschen, Chess. Spidey wird nicht kaum... Hey, lass ihn in Ruhe! Was hast du gesagt, du Bohnenstange? Sag, du Bohnenstange! Hey! Was gabst du so, du Tourist? Oh, war nur ein Witz. Oh, das wird... Jetzt reicht's. Wer kann was erleben? Mit einer Brechstange, genau! Kleiner Freak! Wir machen für die von uns keine Sau. Sau. Geschafft! Und es hat sogar... Spaß gemacht! Alles okay? Ja. Weil du zu Hilfe kamst. Danke. Gängeschehen. Mein Rat hat auch was abbekommen. So, wieder aufsteigen hier, oder? Du brauchst das Geld. Und ich diesen Job. Ich schaff das auch zu Fuß. Ich muss... Zu Fuß. Okay. Geh über den Park. Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute! Was ist das? Da ist er ja, der Kotzbrochen. Können wir da nicht durch? Okay, gehen wir hier. Sie sind zu spät. Ich habe etwas für die Titelseite des Bio-Gel. Ziemlich großspurig, was? Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker. Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum Sie auf jeden Fall verwenden wie ein Höhlenmensch. Und Ihre Nase blutet. Aber Sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Pugelfotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. So, und wie können wir ihr jetzt helfen? Du starrst das nämlich schon seit ca. 5 Minuten an. Ja, ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst sie nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Oh, okay. Geht klar. Achtung. Fertig. Springt! Yeah, Spidey. Bis zum nächsten Mal. Achtung, Tuthähne. New Yorker im Anmarsch.